Ich habe es mit Audio-CDs, Abendschule und Unterricht am Telefon versucht. Doch das war alles rausgeschmissenes Geld. Ich habe festgestellt, dass ich eine Kombination aus all diesen Möglichkeiten brauche. Deshalb passt English Town perfekt zu mir. Zum einen habe ich Zugang zu allen Lernmaterialien, die ich brauche, und gleichzeitig kann ich eine Klasse besuchen. Ich benötige zwischen 10 Minuten und einer Stunde. Das war's. Es ist erstaunlich, denn ich hätte nie gedacht, dass es mir so gut gefallen würde. Ich kann ehrlich sagen, dass es der schnellste Weg ist, Englisch zu lernen. Es funktioniert wirklich.